happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute days after denn heute ist donnerstag ein d-tag und ich habe gestern abend schon ein bisschen gespielt gehabt mal schauen was ich jetzt immer ich weiß noch nicht viel spaß bis gleich und da sind wir es geht los da stand ich habe besuch was möchte er mir geben noch nicht am besten immer alles mitnehmen wir anschauen ein kassieren weiter gehts ach so hier das ist mein pferd müsste er damit nur noch nicht reiten ich brauch noch den sattel kriegt man die sachen her ah an der brücke ach genau da werde ich da war ich gestern noch nicht die habe ich schon fertig geht das noch und dadurch dass ich jetzt sicher fertig habe muss hier geschenke irgendwie abnehmen er muss hier die sterne aufbauen die sterne kriegt dann durch die geschenke denke ich mir ich weiß es noch nicht und hier ich habe jetzt die dingens gekriegt was möchte sie geschenken zu ein messer so einmal das messer möchte sie haben zack messer hinzufügen übergeben ich muss die liste voll haben okay ein fernrohr und dieses aufheben ich brauche hier eine neue kiste extra für sie und hier brauche ich so einen schminkkoffer und habe ich schnitt kostet Geld am aktuellen da machen wir es nicht ich habe sie so nur noch hier hätte sie so bestimmt nichts verkaufen können so dann werde ich mal stellen ein neues Dingensbau eine neue kiste ich brauche dich für die kiste da brauche ich schon richtig holzsteingras holzsteingras was mal holz und stein habe ich dahinter einmal hier rumlaufen so hier ist holzsteingras dann baue ich die erste kiste und dann packe ich die restlichen steine da rein so holzsteingras kiste fertig so so holzsteingras so da geht's nicht da kann ich auch was reinlegen da kann ich auch was reinlegen ne ist gut schade 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 wo mache ich denn die kiste hin und so rum oder da geht's nicht da geht's nicht da geht's nicht da kann ich auch was reinlegen egal schmeiß weiter eine warte mal ich hab doch ist hier natürlich auch noch eine kiste gewesen wusste ich doch da war noch eine die kann ich nicht transportieren die steht da und steht da und steht da okay da kommen die geschenke rein mache ich ein zeichen drauf nur für geschenke ein ein 2 nach 7 die die damit dann würde ich mal sagen ich schnappe mir diese sache noch schnell die bretter ich brauche auf jeden Fall ich brauche Holz ohne Ende und das habe ich gestern Abend noch gemacht Holz und Stein gefarmt allerdings Steinschmiede Schweinerei das kriegt gleich die Hunde essen so und schauen wir mal hier habe ich glaube ich alles voll bis auf die Eisenbahn hier habe ich auch alles voll bis auf die Eisenbahn hier brauche ich die Steinkohle hier brauche ich Eisenbahnen und Stoff Eisenbahnen Schwefel und Reinigungsmittel hier brauche ich Stoff und Nägel hier auch Stoff und Nägel glaube ich Stoff und Nägel äh alter Knopf hier brauchen wir Stoff und Nägel hier brauchen wir Schwefel und das rote Zeugs 20 über 20 auf jeden Fall Fetzen Holzbrenner jawoll da brauche ich noch 4 Holzbrenner jetzt kriegt ihr aber schnell euer Futter bitteschön 13 Stunden ob da noch essen das Feld stört einfach ich muss das ja auch woanders ich brauche die Steine gar nicht mehr so doch auch wo brauche ich die ich glaube hier drinnen gleich bei der Frau war das genau hier war das ne da habe ich auch schon voll ah Lagerfeuer Lagerfeuer war das äh hier ja was fände ich mit die Steine noch 16 Stück und hier brauche ich noch Nägel und Krass krass mischen aber ich brauche ganz viel Holz das ist fast kaputt überlegen wir gehen zur Brücke bis gleich ok wir sind an der Brücke angekommen wir schauen uns erstmal ganz an zack 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 motion b und 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 Ach genau, da müssen wir auch noch hin, zum Sheriff, Mensch, ich muss doch einkaufen gehen. Oh, jetzt geht's ganz schnell hier. So spannend war das nicht, oder? Ich möchte eine Keule holen, was habe ich da schon? Schön, nice. Keule, 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 da brauche ich, was war das, drei Steine. Da ist drei Steine, oder? Drei Steine, vier jetzt. Wann komme ich? Ach komm, guck mal das jetzt. Okay. Wo bist du, Regen? Ich habe mein Hund da Hunger. Okay, dann muss ich gleich nochmal holen. Schaut, was war hier drin? Oh, schön. Forschen. Habe ich schon geforscht. Ah, okay. Tut mir leid. Gut. Ähm. Das. Ach. Krass. Aber krass. Okay. Jetzt aber. Zack. Herstehen. Kuchen erstmal rein. Und dann schlagen wir uns jetzt wieder bisschen durch. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Mein Mann komme ich auch schon. Zwei. Da. 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 Du. 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 Äh. Warte mal, da brauche ich. Äh. Soll ich dich denn? Schlagen oder herrschießen? Schlagen Schlagen 2 3 Ach so Den Schlag war ja auch nicht so schwer Oh, ein Grund Zack In der Tasche eingepackt So Okay Und das war jetzt das Zombie hier Obwohl, ne, einer muss doch da sein Äh, um links Oder ganz oben in der Mitte Muss da sein Meine ich Äh Zombie nicht, sondern am Wolf ist da immer, ne Ach, ja, ich hab ja schon Ja Ja, dann brauch ich das Dann will ich jetzt in Ruhe Alles hier ein Da ist was für ein Sattel Alles einsammeln Und Und dann würde ich mal sagen Geht es gleich weiter aus Also, braucht ihr ja nicht sehen Oh Gott Ist ja nicht so trissend, bis gleich So So, ich habe jetzt da alles von der Brücke eingesammelt Alles verteilt Und, äh, aufgewertet Aufgewertet nichts, aber alles verteilt Wo was hinkommt Jetzt, äh Wollte mal schauen Eine Quest, die wir vielleicht machen können Das ist zum Herstellen Ach hier, genau Die letzte Quest Wasserpumpen Machen wir das doch Wasserpumpen Es wird schwieriger jetzt Ich weiß nicht, ob ich es schaffe Aber ich habe extra hier schon vorgesorgt Ich habe meine Nagelpistole mitgenommen Und Und da ist die Wasserpumpe Es sind dreieinhalb Punkte Obwohl ich noch bei zwei, zweieinhalb bin Obwohl zwei Ja, sagen wir mal zweieinhalb Bin ich Und jetzt muss ich hier Ja Da ist ein Bildschwein, das krieg ich so kaputt Oh Meine muss uns gleich kaputt sind Ich kann Okay, mit dem muss ich reden Hey, Hilfe, weiter, jawohl Ja, bla 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 Ah Ah, okay Oh Ich muss sie Holz geben, Seile, Wasser Das habe ich nicht Das musste ich noch suchen Wo ist das? Ah, das gibt es noch hier Ich habe meine Axt und mein Ähm, Ding ist nicht mit Also ich kann nichts Dann kriege ich auch noch so kaputt Ah Dann kriege ich auch noch so kaputt Ah 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 Gut, dicht Schau erstmal hier, ne Ah 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 Wo hat sich der Grund verändert? Hm Keine Ahnung Den muss ich einen Hauen Warte mal Ich muss da kurz was Futtern Da ist der Schnelle Der kann auch nicht rauslocken Ah Ah Nix Gleiches Alles bin mir kaputt Okay Schau was hier drin ist Alles mit Ich muss sie so gleich nochmal herkommen Okay Die Seite haben wir geschafft, haben wir fertig Jetzt kommt die andere Seite dran Wir gehen hier am Rand erstmal hoch Okay 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 Lass ihn nochmal her Ja Wollen wir uns auch gleich schnappen Machen wir jetzt ganz bisschen geschehen Jetzt müssen wir was futtern Oh Und da wird's ein bisschen voller Genau Okay Wollen wir uns auch mal hin Okay Wollen wir mal hin Wollen wir mal hin Jetzt wird es nicht alles gereicht. Sieht aber viel aus. Also, man merkt, die sind hier auf jeden Fall stärker. Das brauche ich, das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ich packe erst mal drei Sachen weg. Bei dem einen habe ich für mich ganz leer gelootet. Mit Wildschwein. Wir wollen ja nicht, dass hier alles schlecht wird. Jetzt habe ich so viel Fernkampfwaffe. Dabei brauche ich eine Fernkampfwaffe jetzt. Okay, da geht es dann um kleine Höhle. Schauen wir uns jetzt mal den Rest hier an. Dass wir hier doch so reingehen können. So, wir gehen. Wir machen ja hier und gehen. Alles kaputt. Mit dem Wurfstein ist das mal jetzt hier zu. Das ist einer der alles... ...tasche. ...tasche. ... ... ... ... Mist. Da brauch ich die Schnauhrkampfwaffe. Der ist auf. Kriegt kaputt bevor er bei mir ist. Die Plottschen Wildschweine hätte mich geduldet. Ich hab so wenig Schaden gemacht. So, dann haben wir hier oben schon mal die erste Etage. So, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es da runter geht, was da noch vorkommt. Erste Etage alles geklärt. Okay, ich hab ihn am nächsten Tag angekommen. So. Tut mir leid reht. Wo bist du hin? Du kannst sowieso nicht weglaufen. Suppi. Ich werd hier wieder ein paar Sachen hinlegen. Ich brauch eine... Keule aufs Gitarre. Keule, Stein und Holz. Holz. Ich brauch ne Keule. Stein und Holz. Holz. Gibt's hier noch irgendwo Holz? Da ist Holz. Okay. Machen wir mal kurz aufs Auto sammeln. Ja, ich sammle die gerne auch noch mit ein. Egal. Da ist Holz. Drei Holz. Das brauch ich. Vier Holz. Drei Stein. Fünf Gras. Vier Holz hab ich. Drei Stein. Fünf Gras. Vier Gras. Drei Stein. Fünf Gras. Okay, Gras hab ich noch. Drei Stein. Ah, nimm doch nicht die Kirbis mit. Wo ist denn noch Stein? Ein Stein. Komm. Wo muss denn noch ein Stein sein? Häh. Was find ich da oben? Was ist da oben? Ach, die Bären waren da oben. Ah, krass. Das hätte doch unten deiner Lies bestimmt. Ach, da ist mir. 4 Steine, 3 Steine, 4 Steine, die reichen noch einen Platz frei, das heißt ich kann die Keule herstellen, 3 Steine herstellen, dann aber kurz tauschen. Jetzt haben wir nochmal den Rest ein, ich kann dem Mann da gleich was geben, so der Mann, der braucht von mir auch etwas. Du kriegst schon mal Holz, Seine, Wasser, Fleisch, Stoff. Das war es. Mehr habe ich nicht für dich, noch nicht. Ich komme gleich wieder. See you later, alligator. Ah, hier brauche ich die. Einmal noch, wo war das gewesen? Nee, 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 nee. Hier? Okay. Ah, okay. Brücke ist das. Fertig. Okay. Ach, Brücke ist das. Es kommt bestimmt so ein heftiger, ich muss sagen, es kommt bestimmt so ein heftiger Boss jetzt. Guck mal, es hat so viel Platz wie hier ist. Ach, hab ich gerade erschrocken. Was? Okay, der ist da. Erstmal so rein. Krieg ich bisschen besser essen. Muss ich nicht wieder umswitchen. Ein Wolf? Okay. Aber ist das hier hinten? Einen Sonne, den krieg ich so. Okay. Was ist das da? Ein Wolf. Ein Wolf könnte ich auch sehen. Oh mein, das ist der Klo. Ah mein, das ist der Klo. Oh ja, klar. Oh, oh. Oh, das ist der Klo. Oh. Beside Summer Iath. Hey-oh. Ich hoffe hier ist eine Rüstung drinne, Kopf und Handschuhe, Nägel auch gut. Ich bin einmal schnell geschlagen, was ist da unten? Ein Bandit, wer sucht hier denn ein Bandit zwischen den ganzen Zombies und Wölfen? So viel Platz habe ich noch. So mein Essen ist leer, habe ich noch was zum Essen? Die Bären habe ich noch. Bleibt gestellten? Ah ok, hier sind wir. Dann nehme ich die Pistole jetzt. Bist er alleine? Die ist doch immer so dritt oder so. So, ich weiß nicht, dass du mal rausgeholt hast. Na gut. Komm mal, ja leider. Oh, hier geht es runter. Der hat eine Pistole in der Hand. Kommt hier gleich der Wolf? Gut, dass ich meine Nagelpistole runter habe. Aber ich habe noch meine Armbrust. Noch mal ein bisschen stärker wie die Nagelpistole. Ein Mann, ein Wolf. Wenn er alleine kommt, schaue ich den mit der Kräuter. Oh nein. Wenn er alleine kommt, schaue ich den mit der Kräuter. Dann kam doch der dumme, dumme Wolf. Ist... Ich schaue mir das Video an, damit meine Rüstung nicht kaputt ist. Sonst müsste ich wieder jetzt Rüstung fahren. Also, bis gleich. So, das Video schnell angeschaut. Jetzt bin ich bei mir in der Basis. Rüstung trotzdem kaputt? Ach, ich habe mir das Video angeschaut. Und dann ist meine Rüstung kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, nee. Jetzt muss ich wieder Rüstung fahren. Na gut, ich habe ein paar Sachen. Ich habe noch hier. Naja, jetzt habe ich ein paar Sachen, der loswerpt. Ist ja alles voll. Wofür ich mir das Video angeschaut, wenn dann die Rüstung kaputt ist? Ja, das muss ich ein paar Sachen, der loswerpt. Ja. Traurig. Nägel. Nägel. Gras. Brauchte man Gras? Brauchte man Gras? Steilkohl habe ich nicht. Und... Spielvereisenbahn habe ich auch nicht. Nägel. Stoff. Ich habe mir so eine ganze Nägel geklaut. Damit ich... Einmal kurz... Die Holzbretter nur aufwerten kann. Damit das bisschen schneller geht. Jetzt brauche ich hier was anderes. Steine. Leder. Leder habe ich. Scharnieren habe ich. Ich habe nur keine Lust gehabt, das hier zu suchen. Dann... Habe ich auch alles hier. Okay, ich habe hier wieder eine Quest. Warte mal. Nehmen wir die. Und... Die Quest schnell fertig machen. Die Quest schnell fertig machen. Zack. Herstellen. So, einmal die Mütze. Einmal die Schuhe. Einmal die Hände. Schuhe bräuchte man nicht. Und dann muss ich mir jetzt noch eine Brust und eine Hose herstellen. Das Fleisch brauche ich gleich noch bei den Mannen. Das kann ich den Hunden leider nicht geben. Das kommt da hin. 0, 1, 3, 0, 1. Ja. Gut. Die Kerne nochmal hier reinschmeißen. Ach, die sind schon fertig. Ging aber schnell. Ich weiß mal, war ich den reingekommen? Gestern. Gestern Abend. Eine Stunde vorm Schlafen gehen. Eine Stunde vorm Schlafen gehen. Okay. Jetzt haben wir aber alles. Ich muss nicht zwei Bären mit. Erstmal das, was so wenig ist mit dem. Das wird schnell leer. Schnell leer gemacht. Okay. Wir haben. Und den muss ich noch weggehen. Sehr viel Fernkampfwaffen. Und eine Keule. Sehr viel Fernkampfwaffen. Ich suche jetzt mal still. Weil schon verschwindet. Die Scharnieren. Wo hab ich den geteilt? Was sind die Scharnieren? Was sind die Scharnieren? Meine Güte. Schmeißt du schon mal hier rein die Scharnieren? Ach. Dafür ist aber auch welche. Und Leder. Leder, Leder, Leder. 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 So. Ich brauch die Hunde. Leder. Leder ist so viel. So. Jetzt schauen wir mal. Ich brauch die Hunde. Hose. Und die Brust. Die Brust kann ich hier. Die ist Rüstung 3. Die Brust ist Rüstung 4. Habe ich. Klaue ich mir. Aus irgendwelchen Dingens. Ja. Vier Seile. Vier Fälle. Mit ein paar Stoffe. Und ein paar Stoffe. Stoffe waren. Hier hinten. Nein. Hier waren keine Stoffe drin. Hm. Da haben die Stoffe gerissen. Hm. Ah ja. Einer ist schon mal. Ah. Da geht bei denen. Ich hab nicht hier. Schrott habe ich nicht mehr. Die Fälle habe ich jetzt auch gerade da vorne alle reingetan. Das wäre aber auch eine Möglichkeit. Ich klaue mir das Leder wieder. Nee. Ich komm so selten an das Leder ran. Schrott wäre ja kein Problem. Aber das Leder hier. Wäre aber stärker. Gewäß. Ja. Si. 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 Ok. Tag war das drüber. Und dahin. Krass. Dein. Stoffe wieder. Nicht alle. Ein paar. Und. Leder. Äh. Fälle. Leder. Und es geht wieder zurück. Alles grün jetzt. Es geht zurück zum Leuchtturm. Und dann werden wir jetzt den Rest da kaputt machen. Leuchtturm. Wasser. Leuchtturm. 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 Der Mann braucht. Warte ich hab hier nochmal. Fleisch bevor ich das noch so in meinen Hund gebe. Stoffe Wasser. Ja das habe ich alles. Nur das eine Teil nicht. Oh. Ich bin da nicht. Die Nummer eins. Hat heute noch keiner gespielt. Wie lange geht das noch? Sind schon. Ah. Bis dahin bin ich wieder. Platz 200 oder sowas. Ok. Weiter jetzt. Wir laufen hier rüber. Wir laufen hier weiter. Und sind gleich. Wieder hier. Hier links lang. War. Das böse Ende. Wo ich gestorben bin. Dann geh ich noch mal kurz hier lang. Ich hab mich jetzt von da. Ok. Dann geh ich doch lieber erstmal hier um lang. Weil die beiden auch unten haben die Knarre. So. Wo sind die? Da ist der Wolf. Ach. Möchte man trotzdem. Ein bisschen. Also hab ich den Mann getötet. Und bin am Wolf gestorben. Liegt der denn hier noch? Also hat er nichts verloren. Die verlieren auch immer was normal. Ok. Ich leite mich vor. Auf einen harten Kampf. Ne? So. Das ist richtig scheiß Perspektive. Die seh mich bevor ich die seh. Nach oben hin seh ich die schneller. Meine Pistole war doch ein bisschen stärker. Meine Pistole war doch ein bisschen stärker. Alter. 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 Das rein da rein. Oh. Ist halt bei ihm. Verlager. Noch ein Schuss hab ich. Aber ich glaube ich wechsle. Warte mal. Vorum kommt immer die Nachricht. Ach. Verlang. Mal schnittst du noch hier. the villains. Die da. Der ist nicht so. Ach. Der ist nicht so. Der ist nicht so. Möchte es nicht so. Dimmst du das? Oh, der ist nicht so. Das Dachlan hab ich ja gar nicht gefeiert gerade. Da sind zwei. Oh nein, wie viele sind denn da noch? Ok, warte mal. Wo hab ich den jetzt? Hat kein anderer gesehen? Ok. Jetzt muss ich erstmal hier richtig mich hochhalten. Ich brauch Essen. Ich hab nichts zu essen hier. Beim nächsten Angriff bin ich doch tot. Gibt's hier nichts zu messen? Mist. Schnell mal Outdoor-Suche machen. Vielleicht komm ich ja... Ah, da ist der Kürbis. Da sind doch noch mehr. Ok. Kann ich den nicht nehmen? Ah, kein Platz mehr. Das ist gut. Dann zerbe ich ja jetzt nur noch die Kürbis ein. Oh. Das ist gut. Oh, vielleicht brauche ich noch. Ah, legen wir mal kurz. Hier oben war der Rucksack, oder die Truhe, wie auch immer. Ich packe da mal kurz das rein. Lauf mal runter, nimm das Fleisch. Warte mal, da hinten war ein Bärenstrauch, wenn ich die Bären noch eins hole, dann werde ich wieder ein bisschen essen. Das wird mir wieder ein bisschen helfen. Da ist es Sinn. Oh, nur vier Bären. Na egal. Ich hoffe, das reicht. So, und jetzt wieder ausrüsten. Ich muss anfangen mit denen, oder? Hm. Vielleicht wird weglaufen vielleicht ein bisschen besser. Oh. Okay, ich muss mir das Video anschauen. Ich habe ja gesehen, dass die Rüstung doch nicht kaputt gegangen ist, das waren die alte Rüstung, die kaputt gegangen ist. Gut. Bis gleich. Okay, ich bin wieder bei mir in der Basis angekommen. Äh, und dann werden wir mal schnell die Taschen leeren. Na, die Rüstung ist noch heile. Ich bin wieder, wo der reil war. Ich bin wieder. Und das. Einmal. Und das. Er braucht diese Stoffzellen, ne? Der gute Herr. Und Holz braucht er auch. So, dann noch alles loswerden. Warte mal, Stoff, bei denen er hinter den Cloud ist. Ist glaube ich da wieder was? Warte mal, wo ist hier laut? So, ich bin wahrscheinlich hier. Ähm. Braucht er Gras? Der gute Herr. Ich hab doch hier noch Nägel. Weil das hier, ne? Nägel? Ne, ein weiter. Hier fehlt die Nägel. Ne, Stoff habe ich nicht. Rotwand, kriege ich gleich. Habe ich da in der Dingens gesehen. Ich glaube, acht reichen zu. Okay. Und dann noch. Fett haben wir nicht. Aber wir haben Fell. Fell haben wir noch. Hier haben wir noch. Holzbrenterfleisch. Ne, Warte mal. Ich hab noch mal eine starke Waffe hier. Kein versteckt. Die Waffe der Tür. Ja. Suppi. Sofort zurück in den Kampf. Essen sollte ich vielleicht mitnehmen. So. So. Hier bist du. Ah. Die Kerne kann ich mit mir lassen. Schon mal einen Platz mehr frei. Okay. Upsa. Ach. Bretter. Fleisch. Die wirst du mitnehmen. Und die wollte ich mitnehmen. Ich glaube das war alles. Ich denke schon. Wenn nicht. Ich bin hier gleich. Wieder hier. Hab keine sieben Bücher. Gau. 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 Jetzt machen wir den. Pool fertig. Den Pool. Den Wasserturm. Hat ja auch was mit Wasser zu tun. Du könnt ja oben in den Wasserturm ein Pool rein bauen. Warte mal. Hab ich glaube ich mein Internet gesehen. Kann man in Dortmund glaube ich in so einen Wasserturm schwimmen. Was in Dortmund? Ich weiß es nicht mehr. Ah cool das reicht. Seile brauchte ich noch. Ah. Achtholz noch. Oh oh. Wasser. Seile. Also nicht diese Sachen hier. Sondern die hier. Brauche ich gerade auch nicht. So. Jetzt laufen wir wieder dahin. Das dauert wieder eine Stunde. Hier bin ich schon unterwegs. Können wir schon überlegen. Wir brauchen Seil und Wasser auf jeden Fall. Für den Mann. Dann brauchen wir noch das eine Teil. Was wir wahrscheinlich bei dem Boss dort finden werden. Und dann sind wir fertig. Danach will ich alles abfarmen. Das will ich dann nicht mehr aufnehmen. Das will ich dann nicht mehr aufnehmen. Mach mal so. Bis der erste gleich tut. Zack. Und dann kommt die direkt rein. Mach mal so. Wie sonst. Wo ist der... Der schaut schon zu mir. Andere. Der geht weiter. Noh. So. Jetzt schon mal nachladen. Ah. Okay. Wo ist der? Verflägen. So, zack, zack, zack. So, der nächste Kampf kommt. Wieder auf 100% machen. Die andere Rahmenbrust. Armbrust. Die andere Armbrust. Einsätze. Okay, das muss reichen. Das muss reichen. Zack. Mit der schieße ich. Danach kommt die... Der Keul würde ich da nicht weit kommen bei den Banditen. Das ist der letzte. Oh, nee, das ist okay. Das ist der letzte. Oh, der hat Maschinengewehren. Oh, das war's. Keine Maschine. Schutzt. Aber auch heftig. Das war's. Natürlich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss das noch abgeben. Dann wird einmal nichts zum Sammeln hier. Also muss ich selber bewaufen. Das war's. mal kurz für der Truhe. Ach, ich hab keine Hammer. auch zum Sammeln. Aber wir haben jetzt müssen wir das hier nochmal bauen. Ok. Ich weiß. Ich weiß. Ich muss gleich noch mal herkommen. Komm, noch mal das Einzeln. Es wird aber erstmal alles angesammelt und wenn noch was fehlt, das sicher dann, dann sammeln später. So, raus. Bin ich ganz draußen, ne? Ja. Gehen wir den Hayupai erstmal. Dieses Teil. Da brauche ich noch 8 Holz, 5 Seile und 2 Wasser. Da oben habe ich auch noch was in der Tool reingeteilt. Ich glaube, das waren die Seile gewesen. Nur Seile habe ich auch genug in der Basis. Seile und Wasser, ja. Was ist meine Seile und Wasser? 1 Seiten. Ach. 1. Ich hoffe, ich habe da noch Holz. Schnelles rücklaufen, sondern abgeben. Dann ziehen wir uns. Warte mal. Machen wir jetzt so. Ja. Ich schmeiße hier gleich erstmal alles weg. Wenn man nicht unsere Reihenfolge... Ja, macht uns Besuch. Oh, ich habe einen Besuch. Ja, egal. Ich habe keinen Sinn für den Besuch. Das muss hier echt sein. Was habe ich da fertig? Acht Seile. Okay, ich muss trotzdem telefonieren. So Leute, ich war nochmals zurückgelaufen und habe mir alles weggefarmt, was es da gab. Hab die beiden diese restlichen Ressourcen gegeben. Dafür hat er mir diese Machete gegeben. Und dann noch... Was war das andere? Weiß ich nicht. Aber ich vergesse. Nur mit zwei anderen Sachen. Für euch alles bekommen. Bin jetzt hier zurück zur Basis gegangen. Und werde mich jetzt auch auslocken. Telefon hat mir leider ein bisschen länger gedauert. Deswegen sorry. Und ich würde mal sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Bin aber nächstes Mal. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. B-Fly. -